Mit der Hit-Serie Maxton Hall wurde Damian Hardung über Nacht zum neuen Schwarm aller Frauen. Klar, dass seine Fans da eine Frage brennend interessiert, hat der Schauspieler eine Freundin oder ist er Single? Wie ist der Schauspieler eine Freundin? Durften Fans bereits sein Schauspieltalent bewundern. Doch über sein Privatleben ist, trotz der Jahre im Rampenlicht, nicht viel bekannt. Fans fragen sich nach seinem Auftritt als James in Maxton Hall jedoch vor allem eines, hat Serienbo Damian Hardung eine Freundin? Hat Maxton Hall-Star Damian Hardung eine Freundin? Das würden, nach der ersten Staffel Maxton Hall, gewiss so einige weibliche Zuschauer gerne wissen. Die Antwort will Ihnen Damian Hardung aber wohl erst einmal nicht geben. Der Blondschopf, der seit 2011 als Schauspieler arbeitet, ist seit Beginn seiner Karriere immer darauf bedacht, sein Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, auch, was die Liebe angeht. Ob der James-Bufford-Darsteller eine Freundin hat oder noch Single ist, ist nicht bekannt. Oder ist da etwas im Busch? Auf seinen Social-Media-Kanälen gibt es zwar keine Spur von einer Freundin, dafür aber einige Bilder mit einer bekannten Co-Darstellerin. Mehr als Freunde? Was geht zwischen Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten? Eine Umarmung hier, Händchen halten da. Verhalten sich so normale Filmkollegen? Seit den Dreharbeiten zu Max-Ton Hall, werden die beiden Hauptdarsteller Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten immer wieder gemeinsam gesehen, und das ganz schön innig. Was steckt wirklich hinter all den Zärtlichkeiten, die die beiden Serien-Stars auf Social Media so öffentlich austauschen? Alles nur Promo oder hat es hinter den Kulissen der Amazon-Prime-Serie zwischen den beiden Schauspielern gefunkt? Das wissen wohl nur Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten selbst. Ein süßes Paar würden die zwei auf jeden Fall abgegeben. Da sind sich auch die Fans einig, die in den Kommentaren liebe Worte finden. Das süßeste Duo aller Zeiten, sind sie zusammen. So süß! Oder warte, sind die beiden in echt zusammen. Weil sie so süß miteinander sind, lauten nur ein Paar der Stimmen unter dem Posting. Damian Hardung war schon einmal vergeben. Bevor Damian Hardung die Rolle des James in der Serie Max-Ton Hall, die auf dem Bestseller-Roman Save Me von Mona Kasten basiert, ergatterte, war er etwas offener, was sein Liebesleben anbelangt. Zwar war nie bekannt, wem der Schauspieler genau datete, dass er eine Freundin hatte, gab er jedoch 2015 in einem Interview mit Gala zu Club der Roten Bänder zu. Damals ließ er durchsickern. Ja, ich habe seit einem halben Jahr eine Freundin. Mehr aber auch nicht, außer, dass sie keine Schauspielkollegin sei. Das finde ich auch gut so. Wir haben andere Dinge als die Schauspielerei, die wir miteinander teilen. Ich will ja auch nicht nur über das Thema reden. Das scheint Damian bei Schauspielkollegin Harriet heute nicht mehr zu stören. Bleibt abzuwarten, ob die beiden wirklich ein Paar sind oder sich doch alles als PR-Stunt entpuppen wird.